hallo und herzlich willkommen zu lords of the fallen und ich habe es hinbekommen ich habe die da vorne abgefahren und die beiden da oben weil da oben auch noch hier so eine sonne sonne wie heißt die gegeißelte schwester steht und von der brauchte ich auch noch die beine so von der gegeißelten schwester hab ich also das finde ich jetzt mit sicherheit nicht doch hier das ist von hektor ist von hektor die geißelte schwester da habe ich da habe ich dreimal dreimal bekommen aber das ist das wichtige die stiefel des sündenstechers leck mich an arsch ihr seht ich habe mittlerweile dann schon hier die die glückspfote weil die knochigen pfoten hier bei der hasenpfote habt ihr eine erhöhte gegenstands entdeckungsrate bei dieser knochigen pfote eine bedeutende erhöhung so ich habe jetzt vergessen leider in die letzte folge zu gucken wo wir da waren also wie viele ich noch von den dingen hatte die habe ich auf jeden fall alle aufgebraucht von den hasenpfoten hatte ich 30 zu beginnen wir sind jetzt noch bei 21 aber egal ich habe die stiefel habe ich endlich im sack so domen from a seed into what you see now in a single day one of judge clerics miracles to edify her disciples that once hung from it an ancient banner carried into battle long ago by our lady herself a symbol of more virtuous times and one torn down and disgraced since cool cool lamp bearer if you should find the pieces of the banner during your journey bring them to me i'll mend what's been broken carry it with me into the heart of the imperium and presented to judge cleric as a reminder of what the hallowed sentinels once war da habe ich so much hallowed sentinels blood in my hands to expect to deserve redemption but i must do what i can for those who can still be saved okay hier habt die beschädigte standarte i pray the banner had not been destroyed completely and our lady hurt me it's a sign there is still hope and i don't overlook your part in this lamp bearer perhaps peter was right about you after all in radiance judgment ja du hast du hast mehr aber naja also hier den den ring kann ich empfehlen wenn ihr mit mit heilig arbeitet naja ja klar ja klar ja ja klar so ja wenn du jetzt wieder die stiefel fallen lässt dann kriegst kotzen naja ja klar klar ja 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 ach sie ist runter gefallen ja sie ist runter gefallen ja 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 Markiert einfach nicht Na hör auf mit Deine Dolche Sowieso die Droprate Bei ihr die ist Die ist mies Da hab ich jetzt eigentlich keine Lust lang Achso Das kann man ja mal eben machen Hector Bleib ruhig Alles gut Danke sehr Ja ja Ich kenn dich Ich kenn dich Für dich Hab ich mir mal besonderes einfallen lassen Ich hasse das Es ist die Pest Es ist die Pest Es ist Ist er tot Will ich hoffen Will ich hoffen Guckt der Abtiss in Guckt der Abtiss in Da ist meiner Standard Delirium Wollte schon sagen Weißt du Wenn du jetzt hier So ein So ein verfluchten Dings rausgerückt hättest Hätt ich aber gekotzt Ist hier Eine gegeisterte Schwester Und zwei von diesen Sündenstechern Und die gegeisterte Schwester Hat eher das Ding rausgerückt Als Sonst wer Kommst du Hugo Hector Hector Ja Komm doch mal Hector Hector hat keine Lust Hector Hector Echt ne gefährliche Ecke hier Ich hab gerade nicht Darauf geachtet Hab ich eigentlich Wieder da den Zauber Eingesammelt Gerade Oder Yo Er lebt noch Er lebt noch Hör auf jetzt Hab ich ja nicht Ja Würmer hab ich Wo ist der Hund Klar Ja Ich mach erstmal den da oben weg Hör auf jetzt mal im Ernst Gerade angefangen Da musst du dich erstmal An dieses Zielsystem Lass es jetzt bitte Ja ist sicher Ist klar Kommen wir jetzt mal Danke sehr Peine Fässer und Und Wenn du dich bis bis immer so ein stress hätte ich auch mal hier einfach mal den rock fallen lassen können da ist das ist nicht drin das ist nicht drin zeige ich euch die stelle an der ich offscreen gekotzt habe allerdings habe ich an der stelle das letzte umbrall auge bekommen uns aus auch 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 jetzt hat sie einfach mal nix gedroppt auch gut so wo sind die arschlöcher weil ich bin hier drauf gegangen da haben die mich erst mal hier runter gesprengt so ganz dreist motto was bock hat hat kein bock gott gott das war entspannt hast nix irgend so ein ring so eine scheiße passiert hier oben drauf das ist und ich hatte den flocken nicht gesetzt ich bin immer wieder den den scheiß weg da hochgelaufen immer hier so eine so eine hasenpfote vielleicht hast du ja glück und die droppt den rock da ist hat gedroppt auf jeden fall was hat sie denn gedroppt ne scheiß rune ne verkackte rune ach da bist du ja die hälfte der gesundheit weg die viecher sind so weit von scheiße nein nein Nein! Richtig gut. Ja, komm, ja, hast du mich hier nicht runtergeschleudert, hast das alles. Haut ab, Mann! Und du, fall nicht gleich wieder da runter. Hör auf, dich anzuschleifen! So. Mie, der Motherfucker. Uiuiuiuiuiui, ist gefährlich. so und hier habe ich dann das letzte umbrall auge von mir ja ja klar so das ist das problem wenn ihr vorher den den doofen zauberer nicht gekillt hat alter kriegt er erst mal den 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 zauber hannes auch noch von nutz geknallt bis 2 er hat keine lust wir machen das machen ganz entspannt haben wir das ja gut dann verhauen wir mal den boss immer ist der kaffee alle immer ist der kaffee alle es sieht so fucking gut aus da kommt der reisende mit rein es kommt mal es tut mir schrecklich leid aber immer weg kreisende ich sehe gerade wenig was soll der scheiß hier reisende bist du bist du bist du ist er da umgegangen kreisende kreisende das hast du davon, wenn du mal ein bisschen locker machst da geht der Reisende einfach drauf ja, aber am letzten Mal habe ich auch Blutähre dabei gehabt na gut oh 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 hey, hey, wo ist Hamburg? sie zaubert sich weg, ey so ja ja die macht so scheiß strahlen ja macht zwei nein nicht der komischen strahlen das ist da ist doch das doch deshalb die hauen so weit von rein die drecks dinge so weitermachen nicht der blut hätte ich ja nicht gedacht aber irgendwie fangen die schwerte an zu schwächeln ja gut ja froh dass ich denn die reisen den quest gemacht hat komm steh auf du eklig lass mal bleiben lass mal bleiben Ist gut, weil ich, ich muck das, ich muck das, ich muck das. Fiese Alter, fiese Alter, du mit deinen scheiß komischen Strahlen. Keine Bock mehr drauf hier. Komm, steh auf. Noch mehr. Und endlich, zurück zu dem du gehst. Es kommt immer an das. Naja, also wir müssen die Reisenden-Quests nicht verfolgen, aber wer haben sie jetzt verfolgt? Eben weil ich euch das gezeigt haben wollte. Ach, ist klar, ey. Hör doch auf! Hör auf, Hund! Hör doch! Mann, 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 Mann! Jo. Kleiner Muck. Ja, sicher. Ja, das ist gut. Woops. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Junge Frau. Naja, nochmal, nochmal so ein Fleischer. Jetzt habe ich mich so bemüht, nicht nach Dings zu kommen. Eckliges Vieh. So, Zauberer. Wo ist der Zauberer? Komisch. Kein Zauberer da. Eigenartig. Irgendwie scheint hier ganz schön was mit den Questlines durcheinander gekommen zu sein. Hä? Hä? Eigenartig. Habe ich das Ding eventuell schon im Inventar-Quest? Irgendwie nicht. Also. Die Questline von Kukajin, die scheint broken zu sein. Denn. Solaire. Ich habe zweimal den Lehnschlüssel. Zweimal. Okay. Den einmal gekauft. Einmal gefunden. Lass ich mir gefallen. Aber das ist doch Crap. Hexworks. Wirklich. Der ist doch Kappes. Hä? Toll. Jetzt kann ich Questobjekte noch und nöcher nehmen. Und ich kann. Ja. Ja. Ich habe jetzt hier. Pfff. Dreimal den. Zweimal den. Dreimal den. Zweimal den. Zweimal den. Ne. Da ist ein anderer. Ne. Aber den habe ich zweimal. Den habe ich zweimal. Hä? Hexworks. Ganz ehrlich. Ey. Das ist Crap. Ich hoffe. Ihr patcht wieder. Dass ich hier Ordnung in mein Inventar rein bekomme. Das ist doch. Das ist doch. Das ist doch Kappes. Das ist doch Kappes. Weißt du. Ich konnte mir ja nur anfreunden. Damit das Fäulnis hier doppelt war. Aus irgendeinem Grund. Naja. Aber jetzt habe ich den ja auch doppelt. Friedhofsnebel. Und den habe ich auch doppelt. Minderungsrakete. Weißt du. Wenn ich die wenigstens verticken könnte. Die scheiß Zauber. Die ich doppelt habe. Aber. Ich sammle die Scheiße nur. Weißt du. Und jetzt taucht der Typ hier nicht auf. Warum taucht der Typen jetzt hier nicht auf. Das. Das muss ich nochmal machen. Ey. Ich bin ja froh. Wurde. Also. Hoffentlich funktioniert Demerose Questline. Ne. Reisender. Hat bis jetzt auch funktioniert. Aber das ist doch. Dann ist doch. Dann ist doch. Dann ist doch Kappes. Hexworks. Da ist doch Kappes. Ne. Weil irgendwelche Vollidioten nicht drauf achten. Dass ihr Inventar sauber ist. Weißt du. Und jeden Scheiß einsammeln. Weinen rum. Dass dann irgendwann nichts mehr rein geht. So. Dann. Dann kriegen sie ein Patch. Und machen für alle anderen das Spiel kaputt. Das ist doch. Da ist doch Kappes. Oder sehe ich das falsch. Aber jetzt gucke ich nochmal auf. Der Zauberer. Weil der Zauberer muss auftauchen. Damit ich da die. Die andere Standarte bekomme. Der. Stommhund da sein. Sein Zeug kriegen kann. Entschuldigung. Ich muss. Ich muss. Mal kurz Prozess machen. Dauert mir schon lang genug. Aber. Ist ja mal mit. Meine Schuld. Mann. Köter. Piss ich. Scheiße. Weißt du. Wenn du Markieren kannst. Funktioniert das alles wunderbar. Ne. Wenn du nicht markieren kannst. Meine Herren. Hör auf. Wunder. Ah, gut. Haben wir was? Nein. Lass es jetzt bleiben. Alles gut. Weißt du, und hier trägst du Pse mit Selbstauslösung. Funktioniert auch nicht. Oder? Ah, doch. Junge Frau, es tut mir leid, aber es ist mir ein Bedürfnis, dem Stomund sein zerrissenes Banner zu bringen. Der Mann hat so schon nicht leicht. Außerdem hat er uns hier bei Tankred hat er uns tapfer unterstützt. Hauptsache, ich brauche drei Versuche für die komische Jägerin hier. Das ist schon mal krass. Das ist schon mal krass. Das ist mal krass. Das ist schon mal krass. ja gut dann halt wie gehabt ja aber ich habe keinen da war jetzt vielen dank vielen dank den stab habe ich gekriegt aber mehr und nicht als ich kann hier runterspringen so kann ich aber klug ist ein anderes guten tag ja ich weiß alles cool alles cool alles cool das stammt man besser hier ist ein besser das ist der baller obi komplexe gehen als wir war der hallo zentren aus und first we met land bärer bei den jungen nachdem wird damals instrument rechtschaffenheit und so da kannst du mir da brauchst du nicht mit mitkommen aber ja ändert nix du hast immer noch denn denselben kappes wie immer ich bin ja froh dass wenn ich bei dir nicht die die zauberung doppelt kaufen kann haben wir das auch erledigt ist hier unser meister storm und jetzt auch glücklich da ist er ist aber findet einfach einfach nur mal kann ja sein dass das hinhaut schuss sie hat getroppt verdammten stab braucht kein mensch sch tack sch 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 Jit, jit, jit. Jit, jit, jit. Tja, Köter. Ach! Weißt du was? Leck mich doch! Was habe ich mit dir zu schaffen? Du auch. Minderwertig. Geht mir aus den Weg, geht mir aus den Weg, geht mir aus den Weg. Guten Tag. Ja, ist cool. Junge. Kopf hauen einfach so. Hör auf zu blocken. Hör auf zu blocken. Schild des durchdringenden Lichts. Sehr schön. So, machen wir Luke auf. Egal, komm. Ist ja nicht so weit, oder? Oh, Modder. Oh, oh. Guter Mann. Oh, ho, 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 ho. Ist klar. Ist klar. Oh, oh. Oh, oh. Nicht Zeit, keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Du hast mich abgeknallt. Was ist das? Wir sprechen über die Königkeitschehe, und unsere Fortschritte haben sich in eine kallische Verkaufung. Die Menschen, die unsere eigenen Brüder und Schwestern, sind zu sterben und zu sterben. Wir sprechen für Judge Klerik, Pieter. Wenn sie sich um dich zu haben, werden Sie beobachten. Wie für diejenigen, die die Verkaufung der Verkaufung fallen, vielleicht sind sie nur zu prüfen, dass ihre souls nicht zu verdienen sind. After all. Alles klar. Komm, geh einfach weg. Geh einfach weg. Ja, sauber. Haben wir dort noch gepackt. Ihr seht, also huschi husch machen ist keine gute Idee. Also selten. Aber egal. Wir haben den Überrest des verfluchten Ritters erreicht. Und damit sind wir dann eben auch an meinem Achso, ich hab die Hasendinger noch drin. Deswegen war es so schwierig bei dem Bosskampf. Alles klar. Ich wollte nämlich jetzt gerade Hasendinger wieder reinmachen. Ich hab mich schon gewundert. Warum geht die nicht in die Knie, die doofe Kuh? So. Und jetzt heißt es für mich Also offscreen, da müsst ihr nicht dabei sein, weil das ist echt das ist Pest und Cholera. Beides zusammen. Wo bist du? Da. Demo sich farmen. Jo. Sau, lass dich weg. Ja, dich muss ich auffarmen. Ich weiß. Hör auf, dich da gesund zu suppeln. Hör mal auf. So. Und die Lady hier, die muss ich auffarmen. Hör mal auf. So. Hast du was? Sperr der geheiligten Jägerin. Den kannst behalten, den Dreck. Den hab ich schon x-mal. Was haben wir hier? Munitionstasche. Was haben wir hier? Ach, irgendeine dämliche Rune. Ach, guck an. Stomund. Alte Säge. Alte Säge, Stomund. Hast du uns geholfen? Und... Tja. Jetzt bist du ein Schaschig. Gib mal her. Kann ich dann irgendwann mal wieder verticken. Aber wenigstens sehr glücklich, ne? Der Stomund. So, hast du denn jetzt hier die Kutte von dir? Nein, du hast auch eine verkackte Rune. Eine verkackte Rune hat sie. Oh, größere Delirium-Splitter. Ach ja. Komm, hören wir nochmal eben ab. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Super. Alles klar. So. Dann ruhen wir uns aus. So. Und ihr wisst Bescheid, ne? Ich hab noch 19 Pfoten. Ich hab 11.000 EP. Würde mich wundern, wenn ich in der nächsten Folge dann noch 19 Pfoten hab. Für mich heißt es jetzt, die drei Gegner farmen, bis ich das Beinkleid der leidenschaftlichen Jägerin bekomme und das Gewand der Abtisschen. Die beiden Sachen brauche ich von diesen Gegnern hier. Ach, und das ist... Weil einerseits ist das Farmen ja gut, weil auch hier bei den anderen beiden, also bei der Gegeisterten Schwestern und bei dem Sündenstecher hab ich einen Level-Up gemacht. Also offline. Ich musste die so oft auf die Fresse hauen, dass ich einen Level-Up hatte und ich würde mich wundern, wenn es hier anders wäre. Naja. Jedenfalls... Ziel ist in Sicht. So. Und an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Bye, bye. Das ist ein bisschen viel